Mein Name ist Hassan Kanti und ich bin der geschäftsführende Gesellschafter der GRIP GmbH. Ich bin schon seit 1995 bei GRIP, habe als Student angefangen im Praktikum. Mein Name ist Marc Pflug, ich bin CNC-Fräser bei GRIP, bin an der neuen Hebelmaschine und fertige da unsere Standardprodukte. Ich heiße Robin Koenig und ich bin hier für die Dreherei zuständig. Mein Name ist Matthäus, ich bin in der Qualitätssicherung. Ich sichere die Qualität der Firma GRIP für die Produkte, die wir anbieten. Mein Name ist Saskia Martini und ich bin Sales Assistant. Ich heiße Ulrike Tripp und ich bin für Personal und Finanzen zuständig bei der Firma GRIP. Ich heiße Sajo Kamara und meine Aufgabe ist montieren, einen Standard-Montor. Ich bin GRIP, ich bin GRIP, ich bin GRIP. Ich bin GRIP. Ich bin GRIPP. Ich bin GRIPP. Ich bin GRIPP. Vielen Dank.